Dazu-DÖSEN D告诉 Dapidense 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 Dappidense Es ist klein Es kann verschieden Dekoration sein Die müssen erstmal bei seiner Mutter bleiben Es hat verschiedenliche Farben Die haben eben keine Hufen Kann auch nicht das Futter essen, was die großen Pferde fressen. Was fressen die denn? Er trinkt Milch von der Stute. Kann noch nicht sofort laufen. Dass sie weich sind. Glückschig. Glückschig, wenn es geboren wird. Dann wird es erstmal sauber geleckt von der Mutter. Lecker. Fohlen. Und das war's. Klatschen.